Und ein Moinsen zur letzten VfB-News-Folge, zumindest für diese Saison, die halt richtig Bezug hat zur Saison 21, 22, jetzt gehen ja die Planungen los für nächste Saison. Ich packe euch da immer einen Sammellink rein, wisst ihr ja Bescheid in der Videobeschreibung, von hier nlink.it. Und ich habe hier vor mir, ich habe schon alles reingekopiert, damit ich ihn schon mal ready habe, 90 Links. 90, ich habe hier 90 Links in dem Sammellink vor mir und natürlich auch jetzt bei mir im Browser sortiert. 90 Dinger sind offen, das Ding könnte ein Ticken länger werden, aber ich räume hier wirklich alles ab, was sich irgendwie aufgebaut hat. Runden natürlich noch viel von vor Köln, aber auch rund um Köln jetzt erstmal zum Start. Natürlich Vereins-News-Geschichten, wir haben Transfergerüchte und so weiter, natürlich auch einiges Offizielles und ein bisschen andere News rund um die Fußballwelt. Es könnte heute einen Ticken länger gehen, aber dann ist ja erstmal alles abgebrochen oder alles runtergebrochen, alles raus in die Welt, was sich hier alles so gesammelt hat über die letzten paar Tage und Wochen. Und danach kann es weitergehen mit natürlich genügend anderen Themen, die der VfB auch noch hat und natürlich was auch hier auf dem Kanal auch so ansteht. Wir haben so Geschichten wie Best-of-Stadion-Flogs, was auf jeden Fall irgendwann noch kommen muss. Wir haben natürlich die Reaction auf die Saisonprognose, schwieriges Thema und halt so weiter, so Geschichten. Saison-Abschluss-Geschichten und natürlich auch Sachen, die in die Zukunft gehen für die nächste Saison. Fangen wir an mit nach VfB Köln. Das ist so ein bisschen das Zeug, was normalerweise jetzt quasi in einen Vorbericht fürs nächste Spiel gehen würde, was wir bei Gott zum Glück nicht haben, weil es würde ja heißen, dass ich Videos vor einer Relegation hätte machen müssen. Puh, zum Glück nicht, ey. Gar keinen Bock gehabt auf Relegation und es ist nicht passiert. Ich gehe einfach in ein paar Spiele durch, weil wir, ich glaube, wir haben schon alles gelesen, alles gesehen, alles gehört zu diesem wahnsinnigen 2 zu 1 gegen Köln. Nummer 1 von Ricky Palm, der nochmal die erste Halbzeit nochmal richtig, richtig lobt. Safe Top 3 Halbzeit in dieser Saison vom VfB. Und die war auch wahnsinnig gut so. Also am Ende natürlich, vor allem was im Kopf bleibt, ist das 2 zu 1 von Endo und die komplette Ekstase. Das ist ja komplett logisch. Aber diese zweite Halbzeit war, äh, diese erste Halbzeit war richtig, richtig gut. Du musst ja eigentlich schon mit 3-0 oder sowas in der Halbzeit laufen, tust es aber halt nicht. Was dann natürlich dann elementar war für diese kranke Stimmung am Ende auch, waren immer wieder die Spielstände. Als das 1-1 von Köln reingeflogen ist. Also wir wussten es im Schein immer ein paar Sekunden eher, weil ich habe nichts, also lief nichts auf dem Handy so. Also ich hatte überhaupt kein Netz, kein Geist, mein Vater auch nicht. Aber der Kollege neben mir, bei dem lief es irgendwie mit irgendwelchen Push-Nachrichten und so weiter, da lief es immer. Das heißt, wir wussten es natürlich auch schon mal ein paar Sekunden oder ein paar Minütchen, bevor es quasi oben auf der Leinwand kam, wie es jetzt aktuell steht. Aber auch als das 1 zu 1 reinflog und vor allem als dann irgendwann 87. rum oder so dieses 2-1 reinfliegt von Yusufa Moukoko. Du absoluter König. Da war dann komplett vorbei. Da war dann komplett vorbei. Und dann haben 60.000 das Ding nur noch ins Tor geprügelt gesungen, wie auch immer. Auch hier im VfB-STR-Podcast. Sehr geiles Ding natürlich auch. Auch die aktuellste Folge quasi richtig geil gewesen rund ums Spiel. Hat auch Ricky Palm hier gesagt, mit Flo Müller sind 60.000 Stuttgarter in diesen Strafraum eingegangen. Und das ist die perfekte Beschreibung von dem, was passiert ist. Und danach auch wunderschön, wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, wenn es eben positiv läuft, dann wird es ja immer direkt angemacht, quasi nach Abpfiff. Paradise City. Traumhaft. Ey, du gewinnst das Ding, holst den Klassener und dann kommt dieses, dieser Anfang von Paradise City. Boah, grandios. Einfach grandios. Nochmal kurz die Stimme zum Spiel von Matarazzo. Wir hätten zur Pause höher, 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 die Leute haben sich verschrieben. Da steht wirklich höher, frühen müssen. Höher, höher, führen müssen. Der VfB hat sich wirklich verschrieben. Nicht ich bin hier schuld gerade. Dann sind wir nicht so gut aus der Pause gekommen. Der Wille des Teams ist aber zum Vorschein gekommen, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Das 2-1 war dann die Belohnung dafür, dass die Jungs immer an sich geglaubt haben und immer drangeblieben sind. Es ist ein schöner Tag für die ganze VfB-Familie. Der Moment des Siegtores kann man nicht in Worte fassen. Das waren Emotionen pur. Ich freue mich für Watahu, dass er das Tor macht. Ich freue mich für die gesamte Mannschaft. Wir haben während der Saison immer wieder die Fähigkeiten bewiesen, dass wir aufstehen können und haben es heute vollendet. So ist es auch vor kurzem noch oder recht aktuell noch aus einer Presserunde. Auch ein schönes Video vom VfB, irgendwie so 2,5 Minuten lang oder sowas von Rino, der auch nochmal gefragt wurde zu dem Ding. Sprich natürlich auch von Gefühlsexplosion, lebensprägend und sowas. Aber was ich vor allem schön fand, hat Emotionen auch nochmal natürlich die Frage bekommen, wie war das Gefühl? Also ja, ich wurde oft gefragt, ich kann es nicht beschreiben, das war etwas, das für den menschlichen Verstand zu groß war. Und ich finde, das ist auch eine sehr, 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 sehr passende und geile Formulierung von Rino. Ein bisschen hat auch wieder perfekt das aufgegriffen, woran es halt auch lag. Wichtiger und entscheidender in dieser Saison war Zusammenhalt zwischen Spielern, Verantwortlichen und auch Fans. Nur so war Klassenheit möglich. Weil wirklich, also von der Fanbase her, für so eine Saison, da ging es beim VfB schon mal ganz, ganz anders rund. Für so eine sportliche Saison, das war krank. Dieser Zusammenhalt, diese Akzeptanz von, ja, so ist es halt aktuell, aber wir schaffen es trotzdem. Unfassbar, Wolf Fuß, auch geil kommentiertes Spiel gehabt. Hier fliegt gleich das Dach weg richtig stark. Und auch hier in seinem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, in diesem Sky-Format, wo er mit Buschmann spricht, ich weiß gerade leider nicht, wie es heißt, hat er auch gesagt, dass es einer von seinen Top 3 Erlebnissen war im Stadion, im Sinne von Stimmung und so weiter. Dieser Moment von dem 2-1 und alles, ne. Und der hat ja, der hat ja schon alles gesehen, der Kollege. Der hat ja schon alles kommentiert, was es so zu kommentieren gibt. Also das ist auch nochmal ein richtig starkes Zeichen, was das Krankes hier war. Hier hat auch jemand aus so einem Zeug werden Legenden geschrieben. Einfach krank, einfach krank, vertikal passiert auch nochmal, bestes Wetter, brutale Spannung, in Klammern Anspannung. Ein voller Gästeblock, Pyro, ein verschossener Elfmeter, ein Torwartfehler, ein Last-Minute-Sieg durch einen Spieler, der es am meisten verdient hat, Platzsturm, so wie VfB Köln müsste eigentlich jedes Fußballspiel sein. War hier auch geile Stimmung auch von Köln hier nochmal zu nennen, sehr, sehr geil. Und das ist halt auch krank, ne. Wir haben die Klasse gehalten mit einem Sieg aus den letzten sieben Spielen. Aus den letzten sieben Spielen. Wir gehen quasi mal zurück so. Wir hatten Köln den Sieg, dann ist es unschieden München, unschieden Wolfsburg, Niederlage Berlin, unschieden Mainz, Niederlage Dortmund und unschieden Bielefeld. Unfassbar. Sieben Spiele, ja, ein Sieg. Und der am letzten Spieltag. Der VfB hat sich auch nochmal bedankt, war auch immer im Vlog zu sehen. Haben sich auch angeblendet oben auf der Leinwand. Danke für euren Support auswärts und daheim. Das war auch mehr als nötig. Hier ganz interessant zum Thema Stadion oder zum Thema VfB generell. Wir haben ja alles gesehen. Die ganzen Storys, auch TikToks und Instagram und so weiter. Die ganzen VfB-Kollegen natürlich überall dabei mit Feierbildern und so weiter. Feier-Videos und so weiter. Wer gefehlt hat, war irgendwie Silas. Da kam immer die Frage auf, was ist mit Silas los? Irgendwie komisch, da ist irgendwie stillschweigen. Was ist da los? Hier Simeon Kramer hier von der Weibinger Zeitung hat hier geschrieben, das war bei VfB Köln im Stadion, aber nur die erste Halbzeit. Danach ist er mit Magenbeschwerden nach Hause gegangen, weshalb er auch nicht bei der Feier mit dabei war. Alles halb so wild. Hat sich hier also auch aufgelöst. Nicht so wirklich halb so wild ist halt das, was dann vor dem Spiel scheinbar bei unserem Zugang zu den Gäste-Blog, zu den Gäste-Fans passiert ist, weil da mal wieder irgendwie organisatorisch echt kompletter Vollmüll passiert ist. Ungeduldige mussten drüber klettern. Einer ist zusammengeklappt. Er hat komplett, also nicht im Sinne von, ja schon irgendwo Massenpanik, aber im Sinne von einfach komplett alle aufeinandergeklatscht, alle aufeinandergeklebt, die Köln-Fans auch auf dem Platzsturm, mehrere medizinische Notfälle. Das muss halt einfach wirklich nicht sein und muss halt trotzdem auch angesprochen werden. War alles frohlockend, alles wunderschön, aber das muss halt trotzdem irgendwo auch mit angesprochen werden. Auch geil, Endo, VfB hat kurzzeitig, oder ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber auf jeden Fall hatten sie das kurzzeitig drin, die Beflockung mit Legendo hinten drauf auf den VfB-Trikos im Shop gemacht. Was wieder nicht so geil war, aber auch Thema Endo ist, es hat tatsächlich jemand auf dem Platzsturm Endo die fucking Kapitänsbinde abgenommen quasi und die einfach auf Ebay gestellt. 4.000 Euro steht hier dran. Gabi Screenshots auf Twitter und so weiter, hat einfach auf Ebay gestellt. Gut ist jetzt, dass das natürlich durch Social Media so hochgepusht wurde, dass die Polizei Stuttgart das weitergegeben hat an die Kriminalpolizei und da jetzt aufgearbeitet wird. Die Kapitänsbinde ist jetzt wohl auch wieder zurück an den VfB geschickt worden. Komplett peinliche Scheiße, sowas. Also ohne Witz, das ist halt komplett bescheuert. Also wirklich komplett dumm. Also komplett dumm. Ich hoffe, das wird wirklich gut aufgearbeitet. Und hier auch nochmal der Blog, letztes quasi zum Köln-Spiel mit Stuttgart International. Wir kennen alle den Fangesang. Einfach zum Thema, wie krank das auch war, wie viele uns supportet haben. Ich habe jetzt hier nur ein paar Beispiele von so Ex-VfB-Spielen zum Beispiel. Kusmanowitsch, eh absoluter Ehrenmann. Kusma Beste. Alexandro Maxim, auch am Start gewesen. Shinji Okazaki. Pavard haben wir hier. Insua haben wir. Fernando Meyra, Kral, der jetzt ja mit Frankfurt hier die Euroleague gewonnen hat, wo ich ja auch am Start war am Mittwoch beim Perfect Fury in Frankfurt. Das war auch komplett geisteskrank. Und wirklich auch gefühlt ganz Deutschland. Wirklich gefühlt ganz Deutschland war für uns an diesem Wochenende. Hat sich für uns gefreut. Das war ein richtig geiles Gefühl. Und auch bei mir im Stadion-Vlog. Ich meine, das habe ich auch euch schon angesprochen in Insta-Stories und so weiter. Also gerne, gerne vor allem bei Instagram vorbeischauen. Da bin ich natürlich viel aktueller am Start mit Insta-Stories, was News-Scannen geht und sowas. Alles viel schneller, als natürlich einfach ein Video zu schneiden. Kaum mit Geistkrank, was da abgegangen ist. Es sind gerade bei 137.500 Aufrufe. Also komplett pervers. Und da waren natürlich auch unter den 326 Kommentaren natürlich auch einige dabei. Ich habe mal rausgearbeitet, von wo überall Glückwünsche rauskamen zu dem Vlog. Gladbach, Schalke, Köln, Frankfurt, Hamburg, Kaiserslautern. Ich nenne es immer nur eins. Es gab auch Schalke oder so, gab es gefühlt 5, 6, 7 Leute, die sowas geschrieben haben. Kaiserslautern, Friesland an der Nordsee, Düsseldorf, Dynamo Dresden, Rostock, Bochum. Also auch die Hertha aus Berlin, Dortmund, Cottbus, Augsburg, die Pfalz, Darmstadt. Komplettkrank oder eben auch deswegen das Thema Stuttgart international. Es war international. Portugal, einige Fans von Sporting, wo wir Thiago Tomas ausgeliehen haben. Aus Mexiko, aus Brasilien ein paar Mal. Hier die Corinthians, Sao Paulo, dann noch das Sao Paulo FC. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Sachen, bin mir gerade nicht sicher. Aus England, aus Iowa, aus den USA. Japan, natürlich einige mit Endo, ist ja logisch. Vietnam, Lazio, Rom, Italien, auch aus Russland, junger Vater. Da ging es halt mal komplett steil krank. Einfach krank, wirklich wie viel da kam bei dem Video, rund ums Video, in den Kommentaren und so weiter und so fort. Und jetzt switchen wir um quasi in den normalen Stil von den VfB-News. Nämlich so die News, die sich halt gesammelt haben. Und das sind einige. Wie gesagt, 90 links. Natürlich mit den VfB-Köln-Sachen dazu, aber insgesamt 90 links. Wir fangen an mit ein bisschen Jugend. VfB-Jugend. Da Laurin Ulrich, Riesentalent aus der VfB U17. Da kam das Gerücht auf, dass die Bayern natürlich Interesse haben. Ist ja logisch. Dass die natürlich die Top-Leute aus Deutschland abkaufen. Guter Tweet hier dazu. Kann ja mal bei Leon Dayakuna fragen, wie so ein Wechsel zu den Bayern laufen kann. Finde ich gut den Tweet. Finde ich auch komplett wahr. VfB hat sich auch geäußert. Laurin hat noch zwei Jahre Vertrag bei uns. Wir sind in guten Gesprächen über eine vorzeitige Verlängerung. Dass er durch seine guten Leistungen Begehrlichkeiten weckt, ist nicht verwunderlich. Und scheinbar haben wir auch eine Option im Vertrag, dass wir den bis 2024 verlängern. Und nicht bis 2023. Ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice. Ein bisschen schade natürlich. Die Niedellage im Meisterschaftsfinale der U17. 4 zu 3 verloren. Nach Elfmeterschießen war es, glaube ich, wenn ich mich richtig im Kopf habe. Wie gesagt, das ist sehr viel jetzt hier vom 8. Mai gegen Schalke. Natürlich auch eine kranke Arbeitleistung ihrer Knappenschmiede. Das ist ja klar. Aber trotzdem, grandiose U17-Saison. Hier Ricky schreibt es auch nochmal rein. Ungeschlagen. Und trotzdem nur Vize. Aber überragendes Jahr. Sehr hohes Niveau im Finale gewesen scheinbar. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Aber ich kann euch jetzt hier nicht 1 zu 1 wiedergeben, wie ich das Spiel fand. Aber sehr, sehr geil. U17 sowieso haben wir oft genug angesprochen. Da haben wir einen unfassbaren Jahrgang, der da hochkommt. Auch U17-EM mit 5 VfB-Spielern im deutschen Kader. Der Simon, riesen toller Talent. Azevedo, Fritschi, Di Benedetto und natürlich auch Ulrich. Sehr, sehr geile Nummer. Und generell haben wir hier, sind wir nach Sporting, die Mannschaft mit den meisten Spielern von unserem Verein. Quasi dann in der U17-Europameisterschaft. Sieben Stück. Sporting ist bei 8. Darunter kommen wir so aus. Die PSV und Ajax. Also wirklich einfach riesengroße Talentschmieden. Und da sind wir auch voll oben mit dabei. Das ist jetzt hier aktueller. Die VfB U19 hat sich gekrönt. Hat den Pokal verteidigt. Pokalsieger der Junioren. 21-22 mit einem 3-1-Sieg gegen Dortmund. Sehr überzeugend. Richtig, richtig geil. Da nochmal extrem hochzuheben. Die Leistung von einem Nico Willig. Der seit Jahren da überragende Leistungen bringt. Der VfB ist zurück. Ist hier ein Zitat von Willig. Richtig, richtig stark. Und ich sag's euch, wie es ist. Wir hatten ihn ja schon mal da. Als Trainer so. Und der konnte auch nichts für den Abstieg. Er hat die Mannschaft so spielen lassen. So motiviert. Wie es in der Saison davor nicht aussah. Also selbst da dann einen Effekt gehabt auf die Mannschaft. und für den Abstieg gebe ich ihm null Schuld. Aber ich sag's euch, wenn irgendwann wieder Trainerposten offen wird bei uns und er dann auch sagt, ja, warum denn nicht? Weil ich glaube, er hat schon auch gesagt, nee, ich würde gerne lieber unten bleiben. Ich will nicht nochmal hoch oder erstmal nicht hoch in die erste Mannschaft. Dann ist das einer auf Dauer, den du auf jeden Fall irgendwann mal den Chefposten geben kannst, wenn er es dann machen will. Sehr, sehr geiler Typ, Nico Willig. Kommen wir zu so Einzelspieler-Geschichten. Und ich muss hier auch nochmal einen Account hochheben, herausheben auf Twitter, der mir auch seit gestern Abend folgt. Sehr, sehr geil. VfB Stuttgart Brasil. Habe ich schon mal genannt, aber der ist überragend, überragend. Der ist so dermaßen schnell mit News am Start. Das ist krank. Das ist viel durchgehend jeden Tag bei dem. Und du bist auf dem aktuellsten Stand, was Transfergerichte und so weiter angeht oder alles angeht vom VfB. Grandios. Und das Gute ist ja, du kannst bei Twitter automatisch übersetzen. Das heißt, das Portugiesische automatisch auf Deutsch übersetzen. Das sieht auch immer recht gut aus. Also man versteht auch, was sie da schreiben. Richtig geil. Hier ist auch schon ein bisschen länger her. Matteo Klimovic hat scheinbar jetzt dann doch Anrufe aus Deutschland abgelehnt von der Nationalmannschaft, weil er für die argentinische Nationalmannschaft spielen will. Aber da er jetzt ja dann doch auch bei der U21M und sowas bei Deutschland gespielt hat, hat er wohl keine Gelegenheit mehr, ja, Nationalmannschaft für Argentinien zu spielen. Also ein bisschen komisch. Hat sich da vielleicht ein bisschen verspielt. Aber ich meine, so wie er gerade ja aktuell nicht wirklich am Start ist, war ja fast eine Überraschung, dass er gegen Köln auf einmal im Kader stand, mal wieder vor Bank saß. Weiß nicht, ob er sowieso gerade groß Thema ist für irgendeine Nationalmannschaft im Jugendbereich. Hier, Linz Tröm von Frankfurt hat den Rookie der Saison gewonnen. Da müssten es Ito und Mavopanus Ito und Mamush gewesen sein, die nominiert waren. Ist halt immer doof, wenn du halt irgendwie verschiedene Spieler hast, auf die sich die Votes verteilen können. Dann haben halt manche für Ito gestimmt, manche für Mamush. Wäre besser gewesen, wenn man nur einen gehabt hätte, hätte vielleicht gewonnen das Ding. So hat es Linz Tröm gemacht von der Eintracht. Trotzdem Ito noch mal was anderes, worauf er sich freuen kann. Sowieso krank ist es so. Krank ist es so. Aber wir müssen uns noch mal daran erinnern, der Kollege kommt aus der zweiten japanischen Liga, war für die zweite Mannschaft geholt und auch nur ausgeliehen bis zu diesem Sommer halt. Krank und spielt bei uns durch. Gefühlt hat Kämpf problemlos ersetzt. Grandios. Und eben jetzt auch wird wohl erstmals in die japanische Nationalmannschaft berufen für die Testspiele, oder ich glaube es sind Testspiele, gegen Brasilien und Paraguay. Sehr, sehr geil für Ito. Freut mich sehr. Ja, dann ziemlich aktuell. Klare Ansage von Matarazzo, schreibt hier Danny Gallen, auch wieder die Weibinger Zeitung. Alexis hat ein bisschen seine Position bei uns verbockt zu TBD. Da ist wohl scheinbar ein bisschen so, ja von der Art und Weise, von seiner Herangehensweise, von seiner Professionalität her, ein bisschen Problematik da. Mal gucken, wie es dann bis zum Saisonbeginn aussieht. Aber wie gesagt, der kommt ja auch aus 2019. Der kam auch glaube ich erst letzten Sommer, wenn er es richtig im Kopf hat. Und kam da auch aus Frankreich. Wie gesagt, der Typ ist, jetzt bin ich gerade nicht sicher, ist er 18 oder ist er 19? Eins von beiden auf jeden Fall. Ja, kann man irgendwo auch noch verkraften, kann man irgendwo dann noch akzeptieren, dass sowas passiert. Der wird sich schon noch fangen. Mal gucken, wie es dann in der Saisonvorbereitung aussieht für nächste Saison. Wataru Endo hat für den Mittwoch, hat am Mittwoch für den Samstag, so rum, eine Team-of-the-Re-Karte bekommen von FIFA 22. 84er-Karte, sehr, sehr geile Karte. Tatsächlich direkt schon geholt das Ding. Ich meine, ich zocke FIFA auch nur so ein bisschen provisorisch gerade. Also mein Team ist eh, eher Fun-Team mit Tommy, mit Gomez und mit Silas und so Geschichten. Und dann Endo natürlich auch direkt reingeschmissen. 74 Tempo, 79 Passen, 82 Dribbeln, 84 Defensive und 80 Füße. Das ist wirklich eine sehr, sehr geile Karte. Und einfach auch ein geiles In-Game-Bild bekommen, der Kollege. Ein richtig geiles. Quasi nach dem Jubel mit dem geilen neuen Trikot drauf. Richtig schön. Richtig schön. Endo auch, ja, im Team der Bundes... Wie soll ich es formulieren? Im Team der Bundesligaspieler, die am meisten gespielt haben. Weil der war wirklich unermüdlich. Unermüdlich. 2809 Minuten gespielt diese Saison. Das ist krank. Und der ist einfach in dem Team dabei, mit den Spielern, wie auch ein Giekewitz, wie ein Lewandowski, tatsächlich auch Hürgotha mit dabei, die hier ja einfach gefühlt nonstop auf dem Platz standen. Nonstop auf dem Platz standen für ihre Teams. Und was er auch gewonnen hat, er hat die meisten Duelle, die meisten Zweikämpfe gewonnen in der gesamten Liga. 448 Platz 2 Lukas Hölder von Freiburg mit 437 und Platz 3 Jude Bellingham von BVB mit 433. Also auch tatsächlich mit ein bisschen Abstand das Ding gewonnen. Sehr, sehr geil. Gehen wir weiter zu Transfergerüchten. Also vor allem Gerüchte, gleich kommt noch der offizielle Teil, was quasi so offiziell wurde die letzten Tage. Erstmal sehr interessant, der zu Barca 1893 Account auf Transfermarkt.de wurde gelöscht. Das ist tatsächlich irgendwie überraschend oder irgendwie schade auch, weil das ist so ein bisschen der Insider schlechthin gewesen bei off-transfermarkt.de, was den VfB angeht. So viel vorhergesagt, so viele Transfergerüchte gestreut, die am Ende wirklich auch ja, einfach da waren, die wirklich gestimmt haben. Und der wurde scheinbar gelöscht. Mal gucken, wie das unseren Transfersommer in Sachen Gerüchten beeinflusst. In Sachen von Insider und so weiter. Ob das dann eher ruhiger wird, ob sich irgendwer anders hervortut. Wir hatten ja auch zum Thema Thiago Tomasch ein, der das schon irgendwie, ich glaube, zwei, drei Tage, drei Tage waren es sogar, quasi vor, vor den offiziellen, also auch vor dem Fabrizio Romano und so Geschichten, veröffentlicht hat er, dass der kommen wird mit Laie und Kaufhürzungen und so weiter. Thiago Tomasch, also gibt wohl auch andere Insider. Mal gucken, wie der Transfersommer so wird. Das ist auch schon einen Ticken länger hat das Gerücht hier. Scheinbar sind wir an einem Wechsel interessiert, also unsere U19 an einem Wechsel interessiert von Carlo Curani. Carlo Curani, also wirklich, das ist der Sohn von Kevin Curani, der gerade bei Jogada Kickers spielt, 16 Jahre alt, könnte wohl zum VfB in die U19 wechseln. Leveling war auch einer, an dem wir interessiert waren, auch Gladbach und eben auch Union und die haben es auch gemacht. Also Union leider wirklich mit sehr, sehr gutem Business. Mal wieder, wenn die jetzt auch noch Ortega holen oder so und Haber haben sie geholt, also die machen einfach wirklich sehr, sehr gute Deals, haben jetzt Leveling auch bekommen, irgendwie für 3,5, 4 Millionen oder sowas, sehr, sehr gut von und für Union. Tommy habe ich hier als Artikel mit reingenommen, Tommy nutzt jede Schotze zur Eigenwerbung, weil ich echt sagen würde, ich glaube nicht, dass er das dickste Gehalt beim VfB bekommt, würde ich einfach mal so sagen, dass das nicht bei ihm der Fall ist und ey, der hat sich echt in den Vordergrund gespielt, der lebt den Fußball, der lebt den Verein auch, der hat wirklich auch Leistungen gezeigt am Ende, hat einen Vertrag, der diesen Sommer ausläuft, genauso wie die Davi auch und da würde ich mal sagen, ja, die Davi lässt er auslaufen und ich würde echt sagen, für eben angemessenes Geld und mit der angemessene Erwartungshaltung an wie viel Spielzeit und so weiter, wenn eben auch wieder ein Silas fit wird und so weiter und so fort. Vielleicht auch für mich aus nur ein Einjahresvertrag oder sowas, verlängert doch Tommy, ohne Witz, außer natürlich, der hat Angebote, wo er weiß, ich spiele Stamm, dann gerne, dann soll er gerne wechseln und irgendwo Stamm spielen, aber ey, wenn er so die Option bleibt beim VfB, von der Bank zu kommen, den Spirit im Team weiter hochhält, dann gibt er ihm doch nochmal einen Vertrag, dem Tommy, aber ich würde nichts dagegen. Sehr interessant, Mangala, wurde schon mit vielen in Verbindung gebracht, letzten Tage auf einmal auch ein Gerücht aufgekommen, dass wohl Manchester United an ihm interessiert wäre und laut dem Berater von Mangala wäre er für 15 Millionen Euro zur Verfügung der Kollege. Dann brauchen wir natürlich jemanden, der im Mittelfeld den Ersatz spielt. gibt es ein Gerücht mit Nikolas Melamed, 21-jähriger Mittelfeldspieler von RSD Espanol, aber sind nicht die Einzigen, die interessiert sind, auch Southampton, Crystal Palace und heränische Klubs sind an dem Kollegen interessiert. Mal schauen, hat glaube ich noch Vertrag bis 2024, wenn ich es hier richtig lese, das sind wie gesagt vor allem Quellen von VfB Brasil auf Twitter und hier, das hatten wir vor ein paar Wochen mal drin, dass wir scheinbar an Kamara interessiert wären, Bubakar Kamara beziehungsweise, nee, andersrum, sorry, andersrum. Mangala, Gerücht zu Atletico und da neben Mangala auch Kamara und so weiter. Ein paar weitere Spieler als Gerüchte gewesen und es kam hier das Gerücht, dass der wohl fix zu Atletico Madrid wechseln wird von Olympique Marseille. Das heißt, der Spot von Mangala zu Atletico wäre damit zu. So rum ist es richtig gedreht. Interessant ist, der Name sagt mir sogar was, ich glaube, der war auch mal irgendwie einen Ticken höher irgendwo oder war zumindest oder ich glaube, in FIFA war er mal ein dickes Talent. Ritschli, Ritschidli, Ritschli, keine Ahnung, Batsuea, Batsuea, wie auch immer, von Vitesse Arnheim aus Holland, 25 Jahre alt. Das war, also steht hier was von Verteidiger, vielleicht ist das falsch übersetzt, aber ich wüsste auf jeden Fall, dass der mal irgendwann ein dickes Mittelfeldtalent war in FIFA und so weiter, in so Transfergeschichten, in so Karrieremodus und so Geschichten. Sind wir scheinbar interessiert. Wäre wohl auch ein Ersatz dann für Mangala. Monaco, Lille, Marseille, Lyon, Leverkusen, Gladbach, Roma, Sassuolo und Florenz sind scheinbar auch alle dran interessiert. Also ein ganz, ganz dickes Ding. Da sind einige auf der Suche nach dem. Mal gucken, ob da irgendwas Näheres passiert mit dem Kollegen. Aber zumindest mein Name, der mir was halbwegs sagt und nicht wieder irgendwer aus dem, ja, wie jetzt der Spanier zum Beispiel, der hat mir jetzt nichts gesagt, oder der, der aus Spanien kommt, hätte mir jetzt nichts gesagt, hier, der gute Nikolas Melamed von eben. Chulinov, das ist auch ein Ding, wo ich sagen würde, ja, das würde mich jetzt nicht wundern. Der ist bei Schalke echt, sitzt da tief im Sattel drin, der ist voll dabei bei dem Klub, der hat Bock auf Schalke, hat er gezeigt in seinen Spielen, hat auch immer mehr Spielzeit bekommen bei Schalke, die jetzt ja den Aufstieg geschafft haben als erster Platz, als Zweidigermeister. Er sucht scheinbar schon nach einer Wohnung im Pott und, ja, wird wohl ein bisschen Ablöse-Poker mit dem VfB oder mit uns halt werden, weil die den natürlich auch nicht für einen Apfel und ein Ei verkaufen werden, so, und Schalke natürlich auch nicht das riesigste Geld der Welt hat, aber ich glaube, das wird schon irgendwie passieren, dass da Zschulinov zu Schalke findet und ich glaube, das passt auch. Der war jetzt bei uns auch nie kacke, aber auch nie krass besonders so, wenn das bei Schalke passt, dann soll er zu Schalke gehen, ist ja auch für die nächste Saison bei uns nicht die größte Spielzeit der Welt, das wird schon irgendwie zusammenfinden. Ritwan Yilmaz von Besiktas immer ein Thema als Sosa-Alternative, aber auch da, hier wieder die Gerüchte, dass natürlich auch Frankfurt dran sind, Turin, also Torino, hier der FC Turin dran ist, ja, also der ist auch umwohlt von anderen Leuten, von anderen Klubs, der Mann von Besiktas ist aber bei uns auch geführt, seit zwei Jahren immer wieder ein Gerücht, wenn Sosa eben als Abgang in der Gerüchteküche mit dabei ist, mal gucken, ob mit dem mal was passiert, aber auch zum anderen Klub wechselt. Rechtsverteidiger, auch ein Thema, wo wir auf jeden Fall gucken müssen und wo wir auch scheinbar gucken, Otara, oh Gottes Willen, Kakabatze, Kakabatschke, keine Ahnung, von Krakau aus Polen ist scheinbar ein Gerücht zu unserem VfB, wie gesagt, das sagt mir auch absolut nichts, das sagt mir absolut nichts, deswegen kann ich euch zu den Gerüchten nicht groß was sagen, ich kann es euch nur berichten, dass wir auf jeden Fall aktiv was tun, um Rechtsverteidiger zu holen, was ja auch Sinn macht, generell Außenverteidiger ist ja eher ein bisschen mau, noch in der Innenverteidigung finde ich, haben wir schon noch irgendwie ein Backup nötig. Natürlich haben wir auch einen, der offiziell noch an den VfB gebunden ist, nämlich Pablo Maffeo als Rechtsverteidiger, der jetzt bei Mallorca spielt und wenn die eben den Klassenerhalt schaffen, den Nichtabstieg schaffen in der Liga, dann aktiviert es ja die Kaufoption von 3,5 Millionen, die dann Mallorca an den VfB zahlen müsste, da entscheidet sich glaube ich auch am letzten Spieltag, die Chance ist schon da, dass sie es halten, aber sie könnten auch noch absteigen, also es wird ein enges Ding, vielleicht kommt er zurück im Sommer, hoffentlich nicht, wird es irgendwie ohne jetzt irgendwie böse zu sein, aber hoffentlich hat sich diese Saga endlich beendet, auch wenn ich echt sagen würde, ey, dann gib dem halt mal eine Chance, dann gib dem halt mal eine Chance, der Maffeo, der kann ja wohl scheinbar kicken, aber ich glaube, der hat sich wirklich beim VfB so komplett, komplett, ja, jegliche Chance genommen, wir hatten die Selbstsituation auch im Sommer schon, wenn du ihm eine Chance hättest geben wollen, hättest du es auch im Sommer schon tun können, so, hast du nicht, deswegen, ich glaube nicht, dass der VfB ihm nochmal eine Chance geben möchte, deswegen halt, die Liga mit Mallorca und dann kriegt man dreieinhalb Millionen Euro, unfassbar, aber für das Geld, was ja nachher noch in den offiziellen Sachen kommt, für das Geld hast du halt einfach Ito und Mafopanus geholt dann, dann hast du quasi durch die Kohle, die Maffeo dir bringt, zwei Spieler geholt mit Mafopanus und Ito, unfassbar, unfassbar, so dreieinhalb Millionen, weil da echt gutes Geld für den Kollegen, aber auch noch hier was, was nicht quasi zu uns direkt in Bezug hat, aber auch für Gonzalo Castro ist bei Bielefeld wieder vorbei, der war ja nur kurzzeitig da, ich glaube, der Vertrag ging auch nur bis das Saisonende, ich habe jetzt keine Ahnung, ob der jetzt dem groß geholfen hat oder nicht, ein paar Spiele hat er gemacht, ein Tor hat er gemacht, glaube ich, oder auf jeden Fall, eins kann ich mich erinnern, am Ende Bielefeld ja abgestiegen, Castro jetzt auch nicht den riesen, den riesen, ja, Einfluss gab bei Bielefeld, dem haben ja viele hinterher geweint beim VfB, deswegen habe ich so ein bisschen mit reingenommen, ich hätte ihn auch von mir aus gerne verlängert gehabt im Sommer, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, ich glaube, mit einem Castro im Team hätten wir jetzt auch nicht unbedingt den Klassenerhalt so viel früher klar gemacht, als wir es jetzt getan haben und jetzt auch her wieder auf Vereinssuche oder vielleicht Karriereende, weiß nicht, mal gucken, wie es mit Gonzalo Castro weitergeht, aber auf jeden Fall Bielefeld nicht und auch hier noch ein aktuelles Talent, 17 Jahre alt, aus der Jugend von Galatasaray, Hamza, Ackmann, sind wir scheinbar interessiert, ist einer fürs Mittelfeld, auch Lyon, BVB und Rennes dran, also wenn solche Klubs auch an ihm dran sind, dann ist das ein dickes Talent, weil es sind Klubs, die auch wirklich für Talente bekannt sind und da gibt es einen Vergleich mit Luka Modric, sehr, sehr wild, wie gesagt, 17 Jahre alt, aber man sucht sich immer so ein bisschen so Vergleichsspieler, scheinbar ein Typ wie Luka Modric, aber ey, 17 Jahre, mal gucken, ob da was passiert, ob wir ihn holen mit dem letzten, ja, Top-Talent aus der Türkei mit Bayas haben wir jetzt, ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt keine guten Erfahrungen gemacht, was ja auch nicht so richtig stimmt, aber er hat ja zumindest nicht komplett eingeschlagen, mal gucken, wie es mit Bayas und so weitergeht, aber das wäre der Nächste aus der Türkei, der hier in der Gerüchteküche am Start ist, genau, wir gehen weiter, wo ist mein Tab? Hier, zu offiziellen, zu offiziellen, zu offiziellen Geschichten, was Transfermarkt angeht, Thiago Tomasch bleibt, Sporting macht nicht von ihrer Rückholoption Gebrauch, Tomasch hat auch komplett Bock auf den VfB und bleibt noch, ist ja bis 2023 ausging, bis zum Sommer, danach haben wir eine Kaufoption von so grob 15, 14, 15 Millionen Euro, ja, mal gucken, ob wir die ziehen können, finanziell, wenn er sich weiter so entwickelt, im Abschluss besser wird, dann musst du es wahrscheinlich fast machen, dann ist das ein richtig, richtig geiler Spieler, mal gucken, wie es sich finanziell darstellt im nächsten Sommer, ob wir diese Ablöse stemmen können, ob er vielleicht tatsächlich so performt, dass er im nächsten Sommer sagt, ey, eigentlich haben wir das Geld gar nicht so richtig, aber da ist ein Klub, der kommt direkt schon mit 30 Millionen, dann kauft man jetzt für 15 und verkauft man für 30 weiter, so in dem Sinne, mal gucken, hier, Diebstahl Nummer 1, Missingland Masterclass Nummer 1, Mafropanos, 3,3 oder 3,2 Millionen Euro zahlen wir für ihn, die werden ja automatisch fertig durch den Klassenerhalt, sonst hätten wir auch eine Option gehabt bei Abstieg, aber durch den Klassenerhalt werden sie fällig, das ist Wahnsinn, ich habe es euch ja gerade schon gesagt vorhin mit Maffeo, wenn der wirklich den Klassenerhalt schafft mit Mallorca, kriegen wir 3,5 Millionen für den und wir holen uns Dinos für 3,2, 3,3 Millionen, das ist komplett geisteskrank, auch sehr, sehr geiler Transfer oder, kein Transfer, eine geile Vertragsverlängerung, Atakan Karasor, der sich wirklich komplett in die Startelf gespielt hat, mit dem du auch safe in die nächste Saison als Stammspieler gehen wirst oder als sehr, sehr wichtiger Spieler gehen wirst, hat verlängert, läuft ja auch nur bis zum 223. Vertrag, wäre gelaufen, verlängert um drei weitere Jahre bis zum 30.06.2026, ein sehr, sehr wichtiger Transfer, Dinos Mafropanos hat übrigens ja auch einen Vertrag bekommen, ist ja klar, bis 2025 gebunden, auch sehr schön und ordentliche Länge in dem Ding drin, trotzdem bei Dinos muss man auch sagen, englische Top-Klubs sind interessiert, es kann schon gut sein, dass da das ein oder andere Gerücht kommt, also der Mann hat richtig Bock auf den VfB, das merkst du in seinen Leistungen, in seinen Aussagen, aber wenn da jetzt wirklich ein englischer Top-Klub kommt mit einer dicken, dicken Ablöse, wäre ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, dass er auf jeden Fall bleibt, ich würde es mir wünschen, ist ja klar, seine Aussagen würden das auch quasi untermalen, aber wenn da jemand kommt mit dicker Kohle, wir hatten jetzt das Gerücht mit West Ham von 25 Millionen, jetzt durch den Vertrag, den er hat bis 2025, ist natürlich nochmal, ja auch die Ablöse gestiegen, ist ja einfach so, hat glaube ich ja auch einen Marktwert von 17 Millionen oder an die 20 Millionen, auf jeden Fall glaube ich aktuell der höchste Marktwert von einem Griechen weltweit, aber nur mal so die Thematik reingebracht, es kann gut sein, dass da nochmal dicke, ja Summen aufgeworfen werden für ihn und eben ist dann Tatmasklas Nummer 2, Hiroki Ito, 100.000 haben wir glaube ich gezahlt für die Laie und jetzt haben wir 400.000 gezahlt für die Kaufoption, das heißt wie gesagt, du wirst am Ende des Tages, wenn Maffeo drin bleibt, quasi 1 zu 1, die Maffeo Kohle für Dinos und für Ito drin haben, das ist krank, das ist komplett krankes Business, komplett, um das Wort nochmal aufzunehmen, kompletter Diebstahl, das ist geisteskrank und auch er bis 2025, richtig, richtig geil, ähm, Trainergerüchte, äh, ja, könnten einem ja fast ein bisschen Angst machen, äh, kommen jetzt gleich nochmal in dem Teil von quasi so generell Fußballwelt, nachdem, wo jetzt hier alle Trainer rausgeschmissen worden sind in der Bundesliga, ähm, Rino, ne, anderes Thema, wird erstmal nicht passieren, der wird erstmal bleiben oder hoffen wir alle, wer nicht bleibt, ist Peter Perchthold, er wechselt zum, ja, österreichischen Verband, zur österreichischen Nationalmannschaft, zu Ralf Rangnick, ähm, ja, viel Erfolg, was das angeht, ähm, kann ich nicht, kann ich nicht den Einfluss von ihm bewerten, kann ich nicht sagen, von wegen, boah, scheiße, da fällt Rino ein richtig, richtig wichtiger Mann weg, Co-Trainer werden oft, glaube ich, in dem, wie wichtig sie sind, äh, aber ich hoffe, dass dann trotzdem da jetzt auch nichts allzu Schlimmes wegfällt im Trainer-Team, gehen wir zu Vereinsgeschichten, Vereins-News quasi, was der VfB so ein bisschen kommuniziert hat, hier muss man einfach einfach kurz mal hervorheben, was der VfB auch macht, im Thema, äh, Fairplan natürlich wie immer, natürlich auch im Thema Ukraine-Krieg, ähm, da haben wir hier ukrainische Geflüchtete, äh, zum Heimspiel eingeladen und sowas, äh, so Geschichten, äh, haben Notunterkünfte, äh, haben wir unterstützt, auch Kaleitisch dabei gewesen, hier, Johanniter, Unfallhilfe, VfB Fairplan natürlich am Start, äh, also sehr, sehr schön, wie sich der VfB da einsetzt, machen sie ja generell, auch hier eine Top-Aktion mit der Polizei Stuttgart, mit Waldemar Anton hier, gib ab, ähm, ähm, quasi so eine kleine Spielszene, wo Anton quasi im Spiel irgendwie auf einen Fan einredet, dass der doch seinem Kollegen die Autoschlüsse geben soll, weil er ein Bier in der Hand hat, so, dieses, ne, Alkohol getrunken hast, Drogen genommen hast, dann lass das Auto stehen, lass mich anders fahren, auch sehr schön wichtig, eine Rolle übernommen, VfB vereint sich natürlich auch wichtig, Mitgliederversammlungen, steht an, oder gut, was heißt, steht an, kommt bald, 11. September, äh, ist angesetzt, ein Sonntag in der Stuttgarter Porsche Arena, so, so ein Ding ist das, da läuft das Ding auch sehr interessant, wir sind ein Teil des Klubs, mehr Infos, Juli 2023, EA Sports FC, weil, das ist ja, ich bin mir gar nicht genau sicher, wie es jetzt genau abläuft, aber auf jeden Fall gibt es ja so gesehen kein richtiges FIFA mehr, sondern das Ding nennt sich dann EA Sports FC, ich glaube auch, dass es sogar irgendwie Pläne gibt, dass es dann quasi als Konkurrent dann doch noch ein Fußball, ein Fußball-Videospiel teilgibt, der sich FIFA nennen wird dann so, mal gucken, wie es da abläuft, ab Juli 2023 auf jeden Fall wird das so sein, dass das Ding jetzt EA Sports FC heißt, und der VfB ist Teil davon, steht da natürlich dran, mehr Infos im Juli, aber scheint natürlich nach, ja, einer Zusammenarbeit, sieht sehr nach einer Zusammenarbeit aus, dann hoffe ich auch schöne Lizenzierungen, schöne Stadien dabei, schöne Player-Faces und so Geschichten, hoffe ich sehr darauf, nochmal ein Artikel hier auch dazu, nicht genau dazu, aber generell zum Thema E-Sports beim VfB, vorhin schon gar Nachrichten am Start, so plant Alexander Werder das E-Sports-Comeback, also da soll sich scheinbar wieder ein bisschen was auftun, wir hatten es ja mal vor ein paar Jährchen, das ist dann aber, ja, ich glaube irgendwann sogar komplett abgebrochen worden, das Ding, aber scheinbar soll es auch wichtig werden, auch generell in der Bundesliga, virtuelle Bundesliga und so Geschichten, soll scheinbar für die Klubs wichtig werden und das sieht auch, Werle so hat auch bei Köln schon damals das Thema E-Sport ein bisschen hochgehoben und Bestrebungen gemacht, soll wohl auch beim VfB stattfinden und hier steht nämlich auch dran, ab der Saison 2023, 2024, muss daher jeder der 36 Profi-Klubs in Deutschland ein E-Sport-Team unterhalten, das in der virtuellen Bundesliga antritt und das ist eben offiziell von der DFL, Lizenzierungskriterien, also da muss und wird was passieren in dem Bereich, sehr interessant auch rund ums Thema Relegation vielleicht auch, der HSV ist tatsächlich nur ein Punkt vor uns in der quasi All-Time-Tabelle Bundesliga, wir haben 2732 Punkte geholt, der HSV 2733 Punkte geholt, wir auf Platz 5, der HSV auf Platz 4, also wir könnten am HSV vorbeiziehen, das ist nicht schlecht, das ist cool, wenn man auf Platz 4 der meisten Punkte in der Bundesliga-Historie als Verein, also wir sind einfach ein dicker, dicker, großer Verein in der Bundesliga, ist einfach so, natürlich wenn der HSV in der Zweigliga bleiben würde, dann wäre natürlich das Ding nächstes Jahr aller Voraussicht nach durch, auswählen natürlich keine Punkte, wenn es da aufsteigen, dann mal gucken, wie der HSV abliefert von der ersten Liga und so sieht es für mich ja aus, also der Relegation ist ja jetzt das Hinspiel durch, 1-0 gewonnen in Berlin, für mich war der HSV auch das bessere Team, das war jetzt kein geiles Fußballspiel so, weil der HSV war deutlich das bessere Team als Berlin, am Montag werde ich das Ding auch streamen, aller Voraussicht nach das Rückspiel der Relegation streamen, auch am Dienstag das Rückspiel der Zweit- und Drittliga-Relegation streamen, was ja auch gestern passiert ist am Freitagabend, das 0-0 von Lautern gegen Dresden, geile Stimmung gewesen und für mich sieht es gerade wirklich so aus, als würde Berlin absteigen und rein fußballerisch hätten die das auch verdient. Wie immer, mir wird es vor allem für die Fans leidtun, weil Berlin hat an und für sich echt coole Fans, ich habe es auch rund um den Berlin-Vlog gemerkt, in den Kommentaren oder auch eben einfach vor Ort, Berlin hat wirklich gute Fans, gute Stimmung, wenn eben das Stadion einfach mal voll ist, dann ist das echt richtig nice, aber der Verein so generell, das ist ja wirklich komplett kaputt, was da in Berlin abgeht, also komplett kaputt. Es klingt immer dumm zu sagen, dass dann, dass ein Abstieg gut tun würde, aber im Sinne von, auch das, was Berlin-Fans wollen, dass der und der rausfliegt, der Präsident weg ist und so weiter, weil da, das würde ja komplett, der Verein würde wahrscheinlich komplett umgekrempelt werden im Sommer, wenn die absteigen, da muss, da würde ja einiges passieren, vielleicht würde das tatsächlich zu etwas Positivem führen, in Berlin vielleicht, personell. Mal gucken, bin ich mal gespannt drauf. Sehr geil, was sich vor zwei Tagen gejährt hat, am 19.05.2007 vor 15 Jahren wurde der VfB deutscher Meister. Sehr, sehr geil, um was sich heute gejährt hat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, 1.05.2017 ist fünf Jahre auch schon her mittlerweile, der Wiederaufstieg 4 zu 1 gegen Würzburg war auch geil, auch Platzsturm und so weiter, war sehr, sehr geil. So, auch schöne Worte, die wir zu hören bekommen haben, Saisonanalyse in vertrauensvoller und sehr guter Atmosphäre erfolgt. Hieß auch hier vom Werle, dass hier alle zusammen, das gesamte VfB-Team, so rund um Rino, um Werle, um Missland und so weiter, wer alles noch dazu gehört, alle quasi ins gleiche Horn blasen, wenn es sich so einen Spruch gibt. Ich glaube, irgendwas in die Richtung von dem Spruch gibt es als Sprichwort so, dass alle in dieselbe Richtung wollen und das klingt schon mal alles nicht verkehrt so. Sehr cool auch, Vereinsnews, hier haben wir mal reingepackt, die Dame, die hier beim SWR, die komplett um die Welt gegangen ist, mit ihrem Clip, wo jemand gesagt hat, hier, dann steigen wir nächstes Jahr ab und sie komplett abgeraged ist. Legendär, richtig geil und da hat sich jetzt auch Atakan Karazor mit ihr getroffen, hat ihr ein Trikot geschenkt und so Geschichten. Richtig, richtig schönes Treffen hier am Start gewesen. Kalender raus, schreibt Danny Gallen, weil es gab ja eine Presserunde, das war das vorhin von Rino, wo er das gesagt hat, dass es für den Menschen, die verstanden nicht zu greifen ist, was da war, das war die Presserunde und da hat Matarazor auch schon die ersten Infos durchgegeben. Auftakt mit Diagnostik wird am 25. und 26. Juni sein, Trainingsauftakt am 27. Juni und ein Trainingslager im Allgäu vom 9. bis zum 16. Juli, weil wir wissen ja auch, die Saison beginnt schon wieder recht früh, am 5.8. ist der erste Bundesligaspieltag. Ab dem 5.8. beginnt wieder die Bundesliga wegen eben der Katar-WM, wo ja dann im November und Dezember eben keine Bundesliga ist, eine Zeit lang. So, auch schon genannt in meinem, in meinem, ja, in einem externen Video, sage ich mal so, aber ab Dienstag kann man seine Dauerkarte verlängern. Dauerkarteninfos wisst ihr ja schon alles, deswegen bleibe ich hier nicht lange drauf hängen, aber ab Dienstag beginnt das Ding, dass ihr verlängern könnt, dann kommt irgendwann die Wechselfhase, in die ich ja zum Beispiel reingehe und so weiter und so fort. Kommen wir noch zum Schluss, zu anderen Geschichten, rund um Fußball, rund um Bundesliga und so weiter. Interessantes Ding, was rauskam, laut der Sportwilfe, will die DFL die Bundesliga verstärkt ins Free-TV zurückbringen. Mal gucken, was da passiert, ist eh noch Zukunftsgeschichte, weil das um die Rechte, oder um die nationalen Rechte und den Neuverkauf dann ab der Saison 25, 26 geht und da scheinbar ein bisschen eine Abkehr von Pay-TV kommen soll. Mal gucken, ob es so kommt, wäre ja cool, aber wie gesagt, das ist Zukunft, das ist noch ein paar Saisers hin. Wir müssen hier auch nochmal einen Menschen komplett hervorheben, einen absoluten Ehrenmann, Simon Terodde. Simon Terodde hat uns damals schon hochgeschossen, 25 Liga-Tore gemacht bei uns und auch mit Schalke hat er wieder komplett abgerissen, komplett abgerissen. Dritter Bundesliga-Aufstieg mit Köln ja auch schon aufgestiegen, hat er 29 Hütten gemacht mit Schalke. Ich glaube, er hat sogar jetzt auch in Nürnberg getroffen, das heißt, er müsste 30 Hütten gemacht haben in der Liga. Unfassbar. Rekordtorschütze der zweiten Liga und tatsächlich für uns dann sogar verhältnismäßig wenig getroffen, bei Köln mehr, bei Schalke mehr, beim HSV weiß ich es gar nicht, ob er mehr als 25 gemacht hat, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber hier hat Sky diese drei Bundesliga-Aufstiege hervorgehoben. Krank komplette Legende Simon Terodde. Was ja auch passiert, Umbau, was ja auch zu den Dauerkarten zum Beispiel mit reingegangen ist, eben in dem Thema, wo man kaufen kann so, weil Haupttribüne natürlich da auch in vielen Bereichen einfach nichts geht, weil da umgebaut wird. Wir sind ja Gastgeber als Austragungsort, EM 2024, Heim-EM in Deutschland. Wir bekommen für diese EM fünf Spiele. Es sind vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale werden ausgetragen. Zwischen dem 16. Juni und dem 5. Juli wird ja die EM stattfinden zu 2024. Wie gesagt, vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale werden in der Mercedes-Benz Arena ausgetragen. Wir müssen nochmal kurz auf den kompletten Dünnschiss der DFL eingehen, der jetzt so ein bisschen zurückgerudert wurde, klar, aber es gab irgendwelche Pläne mit Drohneninterviews. Ich gehe mal kurz auf Statement hier, es gibt keinerlei Planungen für Drohneninterviews. Bei der Sportinnovation in der vergangenen Woche haben Aussteller aus aller Welt mit verschiedensten technologischen Innovationen experimentiert und diese einem Fachpublikum präsentiert und abhängig davon, ob sie jemals im regulären Spielbetrieb zum Einsatz kommen. Alles schön und gut, aber dass so eine Scheiße überhaupt jemals irgendwie in die Idee kommt, da fliegt dann eine verkackte Drohne mitten während dem Spiel, zum Beispiel vor einem Elfmeter oder sowas, fliegt dir eine Drohne als Spieler ins Gesicht und fragt dich, ey, was sagt's für den Elfmeter? Am besten fragst du den Verteidiger noch, ey, hast du überhaupt gefoult? Was soll das? War das ein Elfmeter? Was sagst du? Oder fragst du den Schützen, ey, haust du rein? Wie gehst du in eine Elfmetersituation rein? Haust du rein? Wie zuversichtlich bist du und so weiter? Also, heilige Scheiße. Also ich hoffe, dass so eine Kacke nie im Leben passiert. So, Technologie kann ja okay sein. Wir haben auch große VR-Diskussionen immer wieder. Tourlinetechnik ist ja vollkommen okay und so weiter. Aber ja wirklich, im Spiel, Interviews, während dem Spiel, wenn irgendjemand mit der Drohne während dem Spiel vor das Gesicht fliegt. Also hilf Gott. Und ich hoffe, also, ich hoffe, dass sowas passiert, aber wenn es passieren würde, hoffe ich, dass diese Drohne irgendwann auf den Falschen kommt. Dass dann irgend so, dass dann irgend so ein Kevin-Prince-Boateng oder wer auch immer oder ein Santi Ascasi-Bau oder was auch immer. Mir fällt gerade nichts anderes ein und von mir aus auch ein Dinos oder sowas. Wenn dann eine Drohne kommt, der erstmal eine Kopfnuss gibt oder das Ding einfach irgendwie Volley einfach wegkickt, diese Drohne. Das kann es ja nicht machen, so einen Scheiß. Also das kann es ja wirklich nicht machen, so einen Scheiß. Direkt schnell weiter hier aus DNews. Wir machen trotzdem weiter mit Lizenzvergaben und der DFL. Wir hatten es ja eben von eSport und scheinbar ab 23, 24 ist es irgendwie eine Lizenzvergabe, Vorgabe, wie auch immer, dass es Sticker und Trading Cards gibt inklusive der sogenannten Non-Fungible Tokens, also der NFTs. Also in die Richtung geht es dann auch volle Karacho, dass man irgendwie damit dann nochmal Erlöse machen kann und lizenzieren kann und so weiter. Wir hatten es ja auch beim aktuellsten VfB-Trikot, beim Sondertrikot von 92 quasi, da war ja irgendwie auch irgendwie ein Code beim Trikot mit dabei und dass du das Trikot quasi danach als NFT hast. Ich bin überhaupt nicht in dem Thema drin, deswegen kein Plan, aber sehr, sehr wild, was da so vorangeht. Aber es scheint halt irgendwie doch in irgendeiner Form wie Zukunft zu sein. Hier, was mich immer sehr interessant findet, gerade diese 40-Punkte-Regel und so weiter, die wir kennen, man braucht 40 Punkte, um nicht abzusteigen und so Geschichten, hat hier nochmal das Sportstudio vom ZDF einen Post gemacht. In den letzten 10 Jahren, glaube ich, was wir gemacht haben, weiß ich gar nicht, von 2012, 2013 bis 2021, 2022 haben wir mal die Punkte quasi im Durchschnitt berechnet und da haben 33,4 Punkte gereicht zum Klassenerhalt. Und so gerechnet, dass du quasi mit, also die Punkte wurden so gerechnet, dass nochmal ein Punkt oben drauf gerechnet wurde oder halt ein Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz berechnet wurde. Also wir stehen drin mit 34 Punkten, obwohl wir nur 33 geholt haben, so ein Punkt auf Relegationsplatz wurde so berechnet. Und da war es tatsächlich 16, 17, waren es 38 Punkte, 15, 16, 37 Punkte, aber eben auch, wie wir zum Beispiel 18, 19, da hatten wir ja 28 Punkte auf dem Relegationsplatz, also mit 29 wäre es drin geblieben auf Platz 15. Diese 40-Punkte-Regel ist komplett vorbei. Also 33,4 Punkte im Durchschnitt reichen, um auf Platz 15 zu landen. Ist schon tatsächlich sehr, sehr wild. Und nochmal Relegation, das ist ein bisschen durcheinander, ich weiß, aber wie gesagt, am Ende des Tages sind 90 links drin. Ich habe bestimmt 300 oder sowas sortiert und so weiter und aussortiert natürlich dann logischerweise komplett krank, aber eben auch Relegation. Scheinbar, und deswegen müssen wir auch irgendwo für den HSV sein, weil wenn die Hertha absteigen, damit nicht mehr anwesend ist in der Bundesliga und auch nicht mehr in der Fernsehgeld- Verteilungstabelle am Start ist dann eben, würden wir einen Platz hochrutschen und das würde bedeuten, dass wir 6 Millionen Euro mehr bekommen würden in der Fernsehgeld-Verteilung. Scheinbar wird so geschrieben auf Twitter und so weiter. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall bei HSV die Daumen drücken, das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. 6 Millionen mehr vom TV-Gate zu bekommen, wäre schon ziemlich geil, weil natürlich der HSV dann aufs Aufsteiger natürlich weniger Kohle bekommen würde als die Hertha so. Auch interessant, wir wissen die News zu Auslesung, Auslesung, Auslosung für den DFV-Pokal nächste Saison und das ist glaube ich halt auch echt schon recht nah, ich habe noch gar nicht genau geschaut, steht denn das hier dran? Meine Güte, 29. Mai, krank, am 29. Mai ab 19.15 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund werden, ja, die erste Pokalrunde ausgelost für nächste Saison. Bernd Neuendorf, DFV-Präsident ist dabei und auch Kevin Großkreuz ist auch eine Losfee am Start, sehr, sehr geil. 19. Mai, das ist ja ein Tag nach dem Champions-League-Finale. Nächste Woche Sonntag haben wir das Ding schon. Ich würde mal sagen, da schmeißt du wieder einen Stream an, oder? Würde ich mal sagen, wenn ich da Zeit habe, schmeißt du ja glaube ich wieder einen schönen Reaction-Stream an für die Pokalauslosung. Mal gucken, ob es mal wieder Rostock wird. Letztes Jahr kein Rostock gehabt, ein bisschen, ja, das geht eigentlich gar nicht. Wir brauchen mal wieder Rostock so, das ist ja ein kompletter Entzug, was wir hier haben. Hier auch neue Bundesliga-Ball, offizielles Spielball, der Bundesliga ist am Start von Derbystar. Ja, komplett bunt das Ding so, komplett in den Farbtopf gefallen das Ding. Ja, sieht ganz nett aus. Ich weiß nicht, ob das auch wieder so ein Ding ist für Vielfalt und so Geschichten. So von Farben her wird es ja irgendwie so ein bisschen in diese Richtung gehen. Sieht ganz nett aus. Am Ende des Tages ist das tatsächlich auch nicht großartig, wie der Ball aussieht. Aber der ist jetzt auch offiziell und auch nochmal Thema Relegation. Das hätte ich jetzt ein bisschen hier hinten raus noch ein bisschen besser sortieren können, aber so ist es jetzt. Wie konnte der VfB nur bei dieser Trümmer-Truppe verlieren? Packe ich immer noch nicht, ist der Tweet vom VfB. Frankie, auch ein geiler Typ, auch ein geiler Tweet. Geiler Twitter-User, wie auch immer, mit seinen Stadionfotos und so weiter. Immer Rückblicke von seinen Stadionfotos von früher. Richtig nice. Und das ist halt wirklich krank. Das letzte Mal, als Berlin gewonnen hat, war gegen uns. Das letzte Mal, als Berlin gewonnen hat, war dieses 2-0, wo ich auch hochgefahren bin nach Berlin. Unfassbar. Unfassbar. Immer noch krank. Also am Ende des Tages ist irgendwo egal so, weil du bist drin geblieben, aber trotzdem, wenn man sich das nochmal in Erinnerung zieht, völlig verrückt. Auch nochmal das andere Thema, Hoffenheim. Ich bin, ich habe es gerade nicht nachgeschaut, aber es müsste eigentlich passen von den Spielen. Ich glaube, Hoffenheim hat auch den letzten Sieg gegen uns gefeiert in der Saison. Die haben ja auch wirklich sich komplett ihre europäische Wettbewerbshoffnungen verspielt am Ende der Saison. Das letzte Mal, der letzte Sieg, müsste das 2-1 gegen uns gewesen sein. Immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche, aber so ist es. Wir bleiben kurz bei Hoffenheim, weil scheinbar laut einigen Medienberichten Markus Weinziel ein großes Gerücht sein soll für die TSG. Es gab auch schon Gerüchte, dass der scheinbar schon auf der Anlage von Hoffenheim war. Wild. Wenn ich wirklich Hoeneß rauswerfen, klar, war am Ende ein bisschen doof so. Letzte Spiele liefen nicht so, aber in Hoeneß rauszuwerfen, finde ich trotzdem irgendwie Quatsch aus Hoffenheimers Sicht. Und dann Weinziel zu holen, wäre halt komplett wild. Du hast hier auch eine Familienabteilung, hier Öffentlichkeitsarbeit bei Hoffenheim am Start auf Twitter, der geschrieben hat, dass die Meldung falsch ist, dass es keinen Kontakt gibt, dass es keinen Besuch gab von Weinziel und so weiter. Ja, aber was sind schon Aussagen im Fußball wert? Es kann trotzdem genauso gut sein, dass der am Montag bei Hoffenheim auf dem Trainingsgelände steht und der neue Trainer ist. Aber das Dementi ist da schon mal raus. Und auch hier generell, Augsburg schmeißt raus, Gladbach schmeißt Hütter raus, Wolfsburg schmeißt Kohfeldt raus, Hoffenheim schmeißt, wie gesagt, Hoeneß raus. Jetzt hat auch der BVB Rose rausgeschmissen, auch sehr, sehr wild. Auch Schalke als neue Bundesliga sucht ja im Sommer einen neuen Trainer so, weil bis jetzt zurück auf die Co-Trainer-Position, wenn ich den richtigen Kopf habe. Das suchen echt einige, ey. Und das nehme ich hier vor allem mit rein, also erstmal in der Hoffnung, dass da keiner irgendwie Stress macht und uns an unseren Materazzo ran will, was ich einfach auch nicht glaube. Ich glaube, der Kollege bleibt so. Aber das ist immer die Gefahr irgendwo, die ich aber nicht sehe, auch nicht bei den Trainer-Posten hier sehe, der wird schon bleiben. Aber halt vor allem der Hauptpunkt, Alter, jetzt sind hier wirklich fünf, sechs Trainer-Posten offen und keiner davon ist beim VfB. Keiner davon. Keiner davon ist beim VfB. Das ist völlig verrückt, völlig verrückt, dass so viel Trainerwind, so viel Trainerkarussell stattfindet bei der VfB ist dabei nicht anwesend. Aber zu so Themen wie Rino und auch Sven und Matarazzo kommen natürlich nochmal extra Videos zu den ganz, ganz großen Dingern. Genauso auch hier habe ich ja auch komplett nichts gemacht zu Kalajic und zu Sosa. Sowas wird extra Videos bekommen, kürzere extra Videos, was die News angeht. Aber das Trainerkarussell wollte ich hier trotzdem noch mit reinnehmen. Und ganz, ganz am Schluss kam jetzt auch noch aktuell raus, dann sind wir hier bei über 50 Minuten, eine heilige Scheiße. Fanhilfe Karusruhe hat getweetet, Verwaltungsgericht erklärt Gewahrsamnahme und Platzverweis für rechtswidrig. Das hat sich wohl scheinbar aufgelöst oder kurz davor das Thema abgeschlossen zu haben. Genau. Von Derby 2019. Da wissen wir auch alle noch, da war ja tatsächlich selbst aus VfB-Fanlager sehr, sehr viel wie soll man sagen, Sympathie, Zuneigung, wie auch immer für die KSC-Fans, war das Derby damals, wo irgendwie ganz viele abgehalten wurden, wo es ganz viele Artikel gab von wegen, hier durften wir nichts trinken oder da mussten wir irgendwo in Busch pinkeln und so Geschichten, wurden irgendwie völlig rechtswidrig irgendwo gehalten, irgendwie Fans durften nicht ins Stadion ohne Grund und so Geschichten, dass die Polizei völlig absurdes Zeug abgezogen hat und das alles nicht ganz so d'accord war und dadurch auch das Derby leider nicht so geil war und natürlich einfach viele Ultras dann einfach gesagt, nö, machen wir nicht mit, machen wir nicht mit, also war stimmungsmäßig nicht so viel vom KSC-Ding damals, um ein bisschen den Kontext noch mal reinzubringen, scheinbar war das auch so, wie es oft berichtet wurde, die Polizei hat da ein bisschen Quatsch gebaut, was ja im Fußball auch manchmal vorkommt, so, damit sind wir durch, damit sind wir durch, heilige Scheiße, das war ein langes Brett, ich habe, ich bin gespannt, wie viele bis zum Ende hier durchgehört haben, lasst mir gerne, das ist natürlich jetzt ein super Spruch nach 50 Minuten, aber lasst mir gerne zu jeglichen Themen eure Kommentare und Meinungen da in den Kommentaren, zu den Themen, die euch interessiert haben, zu denen ihr was schreiben wollt, jo, genau, ihr wisst auch den Plan für die Zukunft, es werden einige Videos kommen natürlich, die Saison ist durch, wir haben uns gerade auf Platz 15, es ist unfassbar, bedanke mich hier fürs Zuhören, natürlich auch fürs Zuschauen, aber hier beim Podcast immer natürlich am meisten fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören 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 Zuhören